Hallo, ich bin Sophie und ich fliege heute mit Kulturwerke Deutschland nach England und ich nehme euch bei meiner Anreise mit. Und zwar müssen wir gleich jetzt noch meinen Koffer zu Ende packen und dann verbringe ich noch ein bisschen Zeit meiner Familie und warte halt bis es losgeht. Wir fahren nämlich heute Nacht erst um circa 1 Uhr, glaube ich, los nach Hamburg, um von Dostland zu fliegen. Der Flug dauert circa nur 40 Minuten bis eine Stunde und ja, da bin ich auch schon in England und ich nehme mich heute mit. Und ja. Wir fahren jetzt los auf jeden Fall und es ist jetzt gerade 1 Uhr 15 und dann sind wir circa in 2 Stunden dann auch abgeklappt. Ich bin jetzt gerade durch einen Security Check durch und ja. Ja, ich hol mir jetzt was zu essen, darf ich noch und dann muss ich jetzt auch ein bisschen warten, bis mein Flug startet und dann gehe ich gleich zum Gate und dann geht's auch los. Also ich stehe gerade beim Gate und ja, ich warte schon ein bisschen und ja, dann nehme ich gleich den Flug nach London. Der fliegt aber erst um 6.50 Uhr und Boarding ist um 6.10 Uhr und das dauert alles ein bisschen, aber ja, gleich geht's los. Also ich bin jetzt gerade hier in der University, da sind wir jetzt gerade nach dem Flug alle zusammen hingefahren mit den ganzen Austauschschülern und ja, hier bleiben wir jetzt erstmal für die nächsten drei Tage und haben so eine Einführung, würde ich mal. Und dann geht's weiter zur Gastfamilie. Ja, wir hatten jetzt gerade eine relativ kleine Fahrt da, haben circa fünf Stunden von London hier nach Turkey. Ja, und ich bin jetzt auch bei meiner Gastfamilie angekommen, die haben mich da abgeholt und ja, ich fange jetzt gerade schon mal ein bisschen an auszupacken und wir haben auch gerade schon zusammen gegessen. Ich habe alle kennengelernt und es ist echt mega schön hier und ja, deswegen werde ich mich jetzt den nächsten Tag erstmal ein bisschen einleben. Ja, wie gesagt, jetzt schon mal auspacken, hier ist auch mein Zimmer und ja. Ja, ich bin jetzt auch mein Zimmer. Ja, ich bin jetzt auch mein Zimmer.